Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer MrWendom1974 und das ist Airbattle. Und das ist die Demo, glaube ich. Oder nicht? Okay. Läuft das denn auch? Kann man das auch wirklich? Ich bin gestartet! Affengeil! Ja! Sensationell! Es läuft! Es läuft! Es läuft! Ja! Auf dem O2EM läuft das überhaupt nicht! Sensationell! Ich fühle mich wie ein kleines Kind, das im Wald ausgesetzt wurde, aber das ist ja egal! Komm! X-Wing vs. TIE Fighter ist nix dagegen. Ich habe keine Munition mehr. Was mache ich denn jetzt? Okay, sterben! Okay, sterben! Aber kann man dann irgendwann wieder landen, oder was? Ist das der Gig? Ja! Aber kann man dann irgendwann wieder landen, oder was? Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich glaube, es gibt nicht viele Menschen auf diesem Planeten, die tatsächlich das Modul haben. Aber ich habe es auf jeden Fall mal auf einer Retro-Börse gesehen, das Modul, also das gibt's! Das ist, glaube ich, irgendwo auch in der 600-Euro-Abteilung. Also, falls irgendeiner sagt, geil, das will ich unbedingt haben, ist es bestimmt wert! Boah, geil! 15 Punkte! 20! Ich habe gleich keinen Sprit mehr! Da muss ich doch bestimmt gleich landen! Warte mal, ich lande mal einfach! Okay, so landet man nicht! Ja! Aber interessant! Air-Battle! Läuft! Geil! Also, ich kann doch nicht sagen, ich habe das schon öfter versucht und es lief nirgendwo! Cool! Wie schon gesagt, ist es nicht wert übrigens! Also, falls irgendeiner sagt, hey, super, da kaufe ich alles! Ich grüße mal den Like-Raw-Love, der freut sich! Äh, ne, ich bin wirklich glücklich! Das war cool! Gerne mehr davon! Ich bin gespannt, was jetzt gleich alles noch kommt! Cool! Game 58 ist das übrigens! Yes! Soll ich mal gucken, was passiert, wenn ich eigentlich direkt wieder lande? Ne, ist keine gute Idee! Okay! Gucken wir uns mal das nächste an! Bis gleich! Exact! Hold auf! Tag! Okay! Puta!